Hallo, ich bin Frau Luchs und heute möchte ich euch ein Label aus Österreich vorstellen. Papuko, das sind Ulla und Ute und die beiden Damen haben sich total spezialisiert auf Letterpress und historisches Druckwerk. Das Tolle daran, sie haben ihr Atelier in einer alten Druckerei angesiedelt. Das bedeutet, da stehen wirklich noch alte Heidelberger Maschinen und Druckerpressen drin. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt, aber Letterpress funktioniert halt so, dass man Blei- oder Messinglettern, also die Buchstaben hat und diese dann mit Farbe und Druck auf ein schönes, beispielsweise Büttenpapier druckt. Das ist alles eine sehr haptische Angelegenheit, das macht ganz viel Lust zum Anfassen und hat halt eine Qualität, die es heute im normalen Print eigentlich nicht mehr gibt. Damit stellen die Mädels allerlei Papeterieartikel her, unter anderem eben Postkarten, Plakate und Gutscheine. Wie zum Beispiel die Zeitlochlinie. Damit schenkt man eben demjenigen Zeit miteinander. Wir finden es ganz witzig, wir haben das nämlich tatsächlich öfter, wenn wir auf Märkten waren, benutzt. Wir hatten nämlich von Papuko zugeschickt bekommen, einen riesigen, runden Zeitlochaufkleber und haben den auf dem Boden getan. Und die Leute sind immer darüber gelaufen und dachten so, ja, so what, was soll das? Sind aber stehen geblieben, haben Fotos mit ihren Füßen auf diesem Aufkleber gemacht. Also es kommt ganz gut an und es war eine lustige Geschichte. Dazu gibt es jetzt halt diese Gutscheine und auch Bierdeckel und Aufkleber für den Kalender. Meistens werden eigene Illustrationen benutzt, aber Papuko sucht auch ganz viele Illustrationen aus alten Lexikas. Also das kann dann zum Beispiel wirklich so eine Kupferschrafur von einem Apfel sein oder einem Fahrrad. Also wir haben ganz tolle Vintage-Bikes dabei. Und das macht es eigentlich insgesamt so besonders. Diese alten Motive, die Retro-Motive und eben dieser historische Druck. So, ihr könnt euch jetzt den Versand aus Österreich ersparen, indem ihr beim Gewinnspiel mitmacht und dieses Video teilt. Zu gewinnen gibt es ein umfangreiches Printpaket von Papuko aus Österreich. Und da sind bei Plakate und Postkarten und einige Artikel aus der Zeitlochlinie. Viel Spaß beim Mitmachen und Teilen und natürlich wie immer viel Glück! Und da sind bei Plakate und Postkarten und wie immer viel Glück!